Hallo liebe Freundinnen, liebe Freunde, wir erleben sehr schwierige Zeiten, das weltweit, aber auch hier in Münster. Unsere Freundinnen, Freunde aus dem Iran stehen sich schon seit einem Jahr her und machen darauf aufmerksam, bloß keine weitere finanzielle Unterstützung, keine weiteren Geschäfte mit dem Iran. Hör bitte auf, guck mal, was in dem Iran passiert. Und keiner hat bis jetzt tatsächlich stark genug reagiert. Heute sehen wir die Katastrophe in Israel. Und man ist total verunsichert, man weiß nicht. Man spricht dann gegen Migrantinnen, israelische Personen, jüdische Menschen, werden in unseren Straßen in Deutschland angegriffen. Musliminnen und Muslimen, die damit gar nichts zu tun haben wollen, die gegen Terror sind, die selbst Opfer vom Terror sind, werden auch schlecht gesehen. Es ist sehr schwer. Es ist sehr schwer, weil wir als Menschen nicht wissen, an welche Seite wir uns stellen können. Was können wir machen, um das zu ändern? Wie können wir diesen Krieg, wir können das leider auf der Welt ändern? Wir sehen Afghanistan. Es steht in katastrophalen Zuständen. Unsere Jesidinnen werden abgeschoben, wo Frauen noch dort versklavt sind. Was können wir machen? Wir sind verzweifelt. Aber das, was ihr hier macht, die Demonstration der Iranerinnen, es ist eine Chance, für den Frieden zu kommen. Weil diese Gruppe, die demonstriert für den Frieden. Und das ist wichtig. Frieden ist das Einzige, was uns helfen kann. Und vor allem, wenn wir zusammenkommen, wenn wir in Dialog kommen, bitte nicht vorverurteilen. Bitte sich informieren und gucken, dass man dann wirklich aktiv werden kann, indem man sich informiert, indem man offen ist. Denkt bitte daran, diese Gruppe, die Iranerinnen, die meines Ernstes, nehmt euch, ich nehme mich an euch ein Beispiel. Weil ihr gebt nicht auf. Ihr gebt nicht auf, um für den Frieden zu kämpfen. Und für den Frieden in eurem Land. Ich danke euch allen dafür. Und danke an alle, die jetzt zu den Demonstrationen kommen. Vielen Dank. Wir machen es weiter. Wieder mit der Diktatur. 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 Wieder mit der Diktatur!